Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, Bitcoin ordentlich gefallen. 27.400 US-Dollar. In der Spitze waren wir sogar unter 26.800 US-Dollar. Also unser Worst-Case-Szenario, zumindest kurzfristig, ist jetzt erst einmal eingetreten. Gestern im Livestream dann doch ein bisschen überrascht worden von diesem rapiden Abverkauf. Aber gut, wir haben relativ gut eigentlich noch geschlossen. Wir werden uns das jetzt auf jeden Fall im heutigen Update-Video ein bisschen genauer anschauen, welche Positionen jetzt überhaupt noch laufen, welche ich möglicherweise geplant habe. Auch darüber werden wir auf jeden Fall jetzt im heutigen Video sprechen, wo wir long gehen können, wo wir gegebenenfalls sogar short gehen können. Die Sache ist noch nicht ganz raus, aber darüber werden wir jetzt auf jeden Fall genauer sprechen. Doch bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und natürlich gerne in die kostenlosen Telegram-Talk- und Signalgruppen reinschauen. Wenn ihr Bock habt auf News, Updates, Signale etc. kommt da gerne rein. Der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung, damit ihr nichts mehr verpasst. Gerne da reinkommen, alles for free. Und wie gesagt, wenn ihr noch irgendeine Börse sucht oder so, kommt gerne zu meinem Partner BingXDoc. Könnt ihr gleich zur Anmeldung euch bis zu 150 USDT an FreeTrades holen. Also auch sehr, sehr geiles Angebot von meiner Seite. Gut, damit würde ich sagen, genug Eigenwerbung gemacht. Wie gesagt, Bitcoin Moment haben bei 27.450 US-Dollar. Wir haben gestern diesen Abverkauf eben gesehen. Unter diese Zielzone in der Spitze waren wir sogar bei 26.783 US-Dollar. Also die 26.800 US-Dollar Marke ist gefallen. Unser Worst Case, klar, ist eigentlich so die Marke 26.500. Was aber noch nicht ist, kann jederzeit noch passieren. Wir hatten gestern nach den CPI-Daten, die relativ gut waren, einen schönen Impuls nach oben. Dann habe ich gesagt, okay, Short-Szenario wäre für mich bei 28.400 US-Dollar, wegen der Supply hier oben. Und im Golden Pocket, wo wir darüber gesprochen haben, leider wurde dieser Zielbereich, die 28.400 US-Dollar, um 80 US-Dollar nicht erreicht. Schade darum, wäre echt ein geiler Short gewesen. Aber gut, was wir mal machen. Daraufhin dann im Livestream übrigens die Livestream-Highlights mittlerweile oder werden jetzt so nach und nach auf den Zweitkanal hochgeladen. Jeden Tag drei bis Samstag habt ihr dann, oder ja doch, bis Samstag sind dann alle hochgeladen. Also schaut ihr auch gerne vorbei. Auf jeden Fall, im Livestream dann wurde auch unsere Long-Position auf Stop-Loss-Entry bei den 27.7 ausgestoppt. Ersten Take-Profit habe ich ja schon dazu gesagt, der wurde genommen, habe ich in der Telegram-Gruppe announced. Und ja, jetzt momentan warte ich ein bisschen ab. Klar, ich bin in einer Long-Position, weil ich gestern im Livestream einfach noch schnell hinterher gehüpft bin. Aber dieser Schatten hier unten sieht wirklich ugly aus. Also wirklich nicht schön. Sollte meines Erachtens nach gefüllt werden, einfach um, sag ich mal, die Liquidität hier aufzufüllen, um diesen ganzen Schattenbereich hier einfach aufzufüllen. Gestern wurden, ich glaube, 100 Millionen an Longs liquidiert. Also es war sehr, sehr viel, was hier liquidiert wurde. Und ich glaube, da unten liegen auch noch eine Menge Longs, die wieder liquidiert werden möchten. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt einfach hier nach oben brettern, ohne dass wir uns eben diesen WIG hier unten noch abholen. Wir haben heute noch die EPI-Daten, das heißt die Erzeugerpreise, die kommen auch noch dazu. Also eventuell bescheren uns die dann diesen WIG endlich zum Abholen. Weil vorher, ganz ehrlich, jetzt noch eine Long-Position reinzumachen, wäre ein bisschen unverantwortlich. Von meiner Seite würde ich ehrlicherweise einfach sagen, wir warten jetzt, bis wir hier unten reinkommen. Bei 26.800 US-Dollar, das wäre so die Idee. Beziehungsweise, wenn wir uns jetzt hier das FIP-Level dazu ziehen und uns einfach mal so das Retracement-Level reingehen, wäre sogar der Bereich um 27.200 US-Dollar eine Möglichkeit. Aber wie gesagt, dieser WIG hier unten ist echt zur Verunsicherung da. Ich würde, ehrlich gesagt, jetzt momentan kein Risiko eingehen, jetzt direkt in eine Long-Position reinzuspringen. Der WIG oder der Schatten hier unten sollte erst noch gefüllt werden. Ja, Stop-Loss-Technisch auf jeden Fall unter diese 26.200 US-Dollar, wo wir gesprochen haben. Das heißt, es wäre hier ungefähr ein Risk von, ich sage jetzt mal, 2,34%, welches wir eingehen könnten. Welches sich dann aber im Endeffekt hier nach oben hin ausspielen könnte. Was wir lange nicht mehr hatten, unseren Traders-Reality-Indikator. Den haben wir gestern mal wieder angeguckt. Schauen wir mal, unser Daily Open hier oben würde bei ungefähr 28.200 US-Dollar liegen. Aber man muss hier vorsichtig sein, es ist der Bing-X-Chart. Deswegen gehen wir rüber zum Binance-Chart und schauen uns hier mal auch ganz kurz eben unser Daily Open an. Da liegt es nämlich, so wie es richtig ist, bei 27.600 US-Dollar. Wäre so der erste Step. Wir haben eine schöne Vector-Candle bis hier oben bei ungefähr 28.200 US-Dollar. Das ist auch so momentan so ein bisschen eher so mein Short-Szenario. Also sollten wir uns jetzt über den Tag erholen und wir sollten jetzt so eine Aufwärtsbewegung kriegen, würde ich diesen Bereich, also diesen roten Bereich hier oben, sehr gerne mal im Blick behalten, um hier gegebenenfalls ein Short reinzumachen. Zumindest dann Retest 27.800, um nochmal ein höheres Tief zu kriegen. Ansonsten brechen wir durch, dann holen wir uns den Schatten bis ungefähr 26.800 US-Dollar. Dieses Yesterday Low würde ich auf jeden Fall gerne mal ein bisschen im Blick behalten. Mir gefällt einerseits die Vector-Candle hier oben nicht, andererseits gefällt mir auch dieser Schatten nicht. Also das heißt, ihr seht, wir sind komplett gerade mittendrin irgendwie im Zwiespalt. Jetzt Long oder Short macht keinen Sinn. Wir müssen gucken, welche Richtung zuerst eingeschlagen wird, damit wir dann auch, sag ich mal, die zukünftige Richtung bestimmen können. Gehen wir erst hoch, ist es für mich eher ein Short, gehen wir erst, sag ich mal, nach unten, dann auf jeden Fall der Long hier unten an diesem 26.800 mit einem Stop-Loss um die 26.200 US-Dollar. Vor 14.30 Uhr oder wann die EPI-Daten ankommen, würde ich ehrlich gesagt auch erstmal nichts machen. Wir warten erstmal die Zahlen ab, sollten die Erzeugerpreise deutlich nach oben schießen, was ich sogar gar nicht so glaube, dann haben wir nämlich ein ordentliches Problem. Gut, das war es jetzt erstmal so ein bisschen zu Bitcoin. Schauen wir uns Ethereum an. Hier machen wir aber ganz kurz mal den Indikator aus, der nützt uns hier wenig. Und zwar auch hier gestern haben wir ja schon darüber gesprochen, unser Ziel waren so diese 1.810 US-Dollar. Das war auch der Grund, warum ich gestern ganz kurz am Handy war, während des Livestreams, um hier einfach kurz die Long-Position zu machen. Ich hatte keinen Stop-Loss drin. Mittlerweile Stop-Loss-Entry, ich habe auch schon Profite genommen, nachdem wir dann hier oben bei den 1.850 waren. Würde mir aber auch hier im Endeffekt das Gleiche wünschen, dass wir uns diesen WIG bis 1.790 US-Dollar einfach nochmal holen. Das ist einfach so jetzt, diese Schatten werden meistens immer gefüllt. Egal wie oft, wir haben auch hier drüben noch einen. Das würde sich sehr, sehr gut anbieten, wenn wir jetzt mal hier so die Linie rüberziehen, dass wir dann im Endeffekt jetzt da nochmal ein tieferes Tief reinkriegen. Das heißt, wir holen uns diesen WIG da drüben, wir holen uns diesen WIG. Das heißt, wir hätten dann beide gefüllt, beide auf einmal und könnten dann, sage ich mal, mit einem neuen Schwung nach oben hier erstmal eine Erholung starten. Das ist jetzt erstmal so ein bisschen das Primärszenario. Zwecks Stop-Loss müssen wir mal ein bisschen gucken. Da habe ich mir noch keine so richtigen Gedanken gemacht. Wahrscheinlich dann unter diese grüne Box hier auch 2,2%, 1744. Da hätten wir nämlich diesen ganzen Stop-Loss-Bereich, dieses ganze Stop-Loss-Cluster, wo im Endeffekt auch noch einiges am Volumen eben liegt. Erst einmal abgedeckt, das müssen wir noch ein bisschen beobachten. Aber auch hier gilt, vor den EPI-Daten werde ich hier wahrscheinlich keine Position mehr eröffnen. Ich lasse dann meinen jetzt in den Stop-Loss laufen, sollte das passieren. Also das heißt, in den Stop-Loss-Entry, weil Profite sind ja genommen und warte jetzt einfach so auf die Confirmation 1793 oder 1784. Das sind jetzt so die nächsten Zonen, die ich auf jeden Fall im Blick habe, wo ich mir vorstellen könnte, wieder eine Long-Position zu eröffnen, um dann gegebenenfalls eine Gegenbewegung nach oben hin mitzunehmen. Weil mir diese ganze Bewegung, die wir jetzt auch gestern hatten, diesen rapiden Abverkauf, es wurden so viele Longs liquidiert und wir haben die ganzen Wochen immer darüber gesprochen, dass sehr, sehr viele Longs eben aufgebaut wurden, obwohl sehr, sehr wenig Liquidität einfach in dem Markt momentan drin ist. Deswegen muss man hier ein bisschen vorsichtig sein, ob das alles hier wieder nur ein False-Move war. Altcoins haben wir gestern schon genug besprochen. Wie gesagt, kommen wir auf den zweiten Kanal. Online sehen auch sehr, sehr schwach aus momentan und können sich auch negativ zu Bitcoin entkoppeln. Also sieht man auch, Altcoins sind deutlich, deutlich schwächer, gefällt mir auch charttechnisch überhaupt nicht momentan. Deswegen bleiben wir jetzt erstmal bei Bitcoin und Ethereum. Und je nachdem, Gold, schauen wir uns auch nochmal ganz kurz an. Sollten wir hier hochkommen in das Golden Pocket, ist hier auf jeden Fall ein Short angedacht. So, das war jetzt erstmal so ganz kurz der Marktausblick. Bitcoin, Ethereum sind so die Hauptdinger. Gold immer noch so ein bisschen am Rande. Erstmal ein bisschen lassen. Und dann, wie gesagt, heute Mittag kommen dann die EPI-Daten. Auch da werde ich euch dann nochmal auf dem Laufenden halten. Gut, dann war es jetzt erstmal von meiner Seite. Wir gucken nochmal ganz kurz zu den News. Kryptobestände von Paypal hatten wir gestern schon, also momentan keine aktuellen News. Es ist noch früher Morgen. Warten wir einfach ab, was der Tag bringt. Ich würde sagen, lasst dem Video gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Gerne BingX abchecken. Und ja, wie gesagt, Telegram-Gruppe. Wenn ihr Bock habt, kommt da gerne rein. Viel, viel Diskussion. Könnt ihr viel lernen. Und dann war es das von mir. Wir hören uns wahrscheinlich dann später nochmal wieder zu einem kleinen Altcoin-Update, sollte ich es schaffen. Und ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Wir sehen uns später wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto. Und wie immer, go über soochen. Und wenn das Video macht es straight. Einatmen. Speed psychic.